Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde auf Pandario, zusammen mit Dados, mit Kapuze, mit Dado, mit Items und mit Maxi. Wir spielen wieder eine Runde, gestern und Kapuze muss wieder bauen und wehe das Wort ist Tee. Wenn es jetzt wieder Tee gewesen wäre, ihr hätt geweint. Ey, es ist so schön. Ich sag ganz kurz an dieser Stelle, liebe Freunde, wenn ihr selber auch Pandario spielen wollt, alle Infos findet ihr unten im Chat. Denn ihr könnt mitspielen, ihr könnt euch kostenlosen Alpha-Key holen oder ihr könnt zum Beispiel auch euch das Founder-Pack. Wenn ihr den Server das Projekt unterstützen wollt, könnt ihr euch das Founder-Pack kaufen. Bald gibt es auch noch Lastschrift und Co. oder auch Pay-Safe-Card, mit dem ihr euch das Founder-Pack holen könnt, wenn ihr möchtet. Alle Infos unten in der Beschreibung, schaut da einfach mal rein. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. So, wo siehst du da zwei? Aaron, es gibt Creator-Codes, Freunde. Wenn ihr meinen Creator-Code benutzt, bekommt ihr automatisch auf dem Server meinen Kopf, den ihr da auch benutzen könnt. Und auch von allen anderen Creator-Code bekommt ihr auch die Köpfe, wenn ihr deren Creator-Code dann halt benutzt beim Kauf vom Founder-Pack. So. Wer ist denn der? Ich bewerbe dich mit Fischi. Was ist denn das für eine? Was ist das? Äh, ah? Was? Äh? Müll. Nein, ich... Hä? Was ist das? Hä, baust du da jetzt ein Wort hin oder was? Äh, ich brauche erstmal Pfeile, die auf das Wort leiden. Kannst du verstanden da? Achso, ich muss einfach nur... Wegweiser kann's nicht sein. Äh... So, und jetzt... Nur nix für mich. Wenn das die Kirche sieht, ja? Äh! Ich hab's! Ja, fuck, Alter! Warum war denn Max hier als erstes? Hä? Da, das Ding ist es. Das in der Mitte. Hol? Ja! Ja! Was ist denn das für den Schub? Es ist in der Gewissheit. Oh nein, ey! Das ist unglaublich. Ey, block mich nicht, Mann! Mit Kuh könnt ihr übrigens das Wort skippen. Ja, das Wort passt. Ich hatte keinen Bock, einen Regenbogen zu bauen. Ameisen, Bär... Äh, gleich ist die Tomate, Alter. Warte mal, wie skippst du ein Wort? Warte mal, wie skippst du ein Wort? Mit Kuh kannst du ein Wort skippen. Das hat das jetzt nur Early gemacht. Nee, hab ich auch gemacht. Ah. Gott, bei mir ist gerade Geld runtergeflogen. Was ist das denn? Ey, nice! Heb auf! Im Raum! Ohne, dass die Münze auf den Bogen gefallen sind. Ich weiß nicht mehr, das war ich nämlich voll erschreckt gerade. Könnte alle... Oh! Das schränke ich schreiben, oder? Das wäre lustig. Was ist denn das? Ja, chill doch mal! Eins zur Zeit hier! Lass mich ja mal anfangen. Ähm, ich weiß, was ist... Was ist denn das jetzt? Wie schreibt man... Also... Warte mal, kann man... Nee, wenn du nicht weißt, wie man schreibt, dann hast du es nicht. Fuck! Dalu, dann hast du es nicht, wenn du nicht weißt, wie du schreiben sollst. Ähm... Oh Gott, ist das ranzig geworden. Also ich glaube, ich glaube, du... Also ich sehe ein... Es geht gar nicht. Funktioniert aber nicht. Wah! Wah! Ah! Gibt's doch zehn Wörter und erkannt alle, oder was das für Müll? Ja, das haben die beiden. Ich kann mich einfach in Olli reinversetzen und weiß, was er für einen Käse baut. Erst hätte es ein Auto werden können. Jetzt ist alles möglich gewesen. Dau, das ist doch eine Schaukel! Keine Ahnung, was... Das ist keine Schaukel. Eines ist das okay gemacht, das ist wirklich scheiße. Mach komm ne Rundung rein. Das ist halt... Ah ja, stimmt, ne Rundung, stimmt. Das hätte man an der Dachlatte verbogen. Was könnte denn das Ende sein? Das ist doch viel zu kompliziert. Band? Bund? Nein, das war alles nicht. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ich mag das weiße. Ist auch schlecht gemacht, ja. Also Tim, ne Rundung sieht anders aus, aber... Ja, ne, ich hab Blöcke! Wie willst du denn ne easy Rundung machen? Ja, man kann doch gut bauen. Ach, Leute... Gamebord? Das muss... Althems hat das gewusst... Althems wusste das. Wie wollen... Wie wollen die denn bitte? Wie baut du da mal ein Gamebord? Äh... Ich hab absolut keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich bin trotzdem... Ach Mensch! Ach Mensch! Äh... Okay, das ist ein Bauspiel. Mehr geschrieben wird als ein TTT. Okay, warte, warte, warte. Wie Blöcke? Hier, da... Wer steht denn da? Oh, falsch. Da durch. Ja, man, dann chill doch, Mann! Ich weiß doch gar nicht mehr, wie man hier baut im Game. Er baut halt irgendwas. Deswegen waren wir hier eingeladen. Das ist doch schon... Was... Moment... Äh... Ein Wüstkäfer, ich glaub auch. Ja, keine Ahnung! War das halt so lang! Pass auf! Da! Ne, falsch. Was? Reds und Kuchen? Hier, das unter anderem. Ah! Ne! Aber so lang auch noch! Es gibt halt nix dafür! Ihr sollt ja auch bauen und nicht einfach einen Block setzen. Ja, ey, das ist doch schon wieder richtig... Das ist aber auch richtig Kacke! Äh... Äh... Ja, Mann! Was ist denn das hier alles, hä? Ja, das ist... Torte! Torte! Ja, was ist denn Kuchen? Mit Essen? Mit Essen? Salzig! Salzig! Kann der's nicht bauen! Süßgebäck? Oh, er hat sogar... Oh, er hat sogar... Gebäck, Alter! Süßgebäck! Man guck's nicht an! Äh... Warte, pass auf. Nicht ein, sondern zwei. Hä, Essen? Was ist das denn für ein Wort, wenn da ein Essen drin ist? Süß! Ja, süß! Ja! Ja! Ihr seid so dämlich! Ihr seid so dämlich! Es ist so easy! Ha, ha, ha! Hä, ha, ha, ha! Ey, wenn ich jetzt... Süß! Süß! Nee, das ist kein Gemüse, das ist ungesund, Freunde! Süßigkeit! Süßigkeit! Alter, ist das schlecht schon wieder gebaut! Ich hab ja gar nicht gebaut! Das ist nicht schlecht gebaut, das war nix gebaut! Süß könnte sein! Schau, wie kurz das Wort ist! Ach ja, jetzt wieder raten, schnell! Also, wenn Kapuze ist gebaut, dann wär's ein T geworden! Hä? Ja, da fehlt noch mal bei Eis! Ah, süß! Das ist jetzt schon wieder... Ah, was mit drei Buchstaben und mit Poseidon zu tun hat! Hä? Ne Gabel? Hör an, was du... Hör an! Nein, ich bin so ein Vollidion, Alter! Okay! Finger geht nicht! Ja! Dalu, du hättest mir einfach noch richtig zuhören müssen! Ach, Dalu war noch? Dann hättest du's... Dann würdest du's checken, Alter! Ich hab schon wegen dem M bin ich draufgekommen! Weil Poseidon da... Poseidon! Ja, mit drei Buchstaben! Poseidon! Da schreibt man nicht mit M, deswegen... Da dachte ich mir dann auch... Ja! Was könnte das so... Das ist Hauptfarbe! Das ist Hauptfarbe, Digga! Was schreibst du? Was hast du da... Womit schreibst du denn? Weil das regt mich auf, das kann ich gar nicht erraten! Das war die kacken Arme! Ich sag grad auch noch... Tomate! No shit! Ich sag grad auch noch, das sieht aus wie ein Arm! Ja, die mag's ja auch, Albert! Das ist ja schrecklich! Komm her rüber, du! Wohin kann ich denn suchen? Oben rechts ein Kompass! Vor allem in Rose auch noch! Ja gut, okay, mach's wieder! Noch nicht erraten, bitte! Ich bin noch nicht aufgebaut! Es hat nicht... Okay, mach ich halt so! Beeil dich! Wir sind fast fertig! Denkst du schrecklich bockottier ich's? Das ist jetzt mein neues Ding! Sooo... Oh komm wir nicht wieder hier zahlen! Bauen wir nicht wieder ne Zahl da wieder hin! Ähh... Geigen? Oder was soll das sein? Ich kann grad grad eingeben! Sooo... O als zweiter Buchstabe! Da bin ich noch nicht aus... Das ist gut... Macht! Das ist gut, macht die Ecken weg! Macht die Ecken weg! Dann ist es sogar noch besser! Ja, ja genau... Oh, es ist echt. nicht gut. Warum baust du das denn nicht aus einer anderen Farbe? Ich wollte dreimal Glowstone haben, aber haben es nicht ins Inventar bekommen. Ist das ein M? Das ist kein Buchstabe. Ich komme nicht drauf, was ist das? Warte, warte, jetzt bin ich... Geht um die Form. Die Form nicht gesehen. Achso, du brauchst eine Angel in der Hand da. Überheblich. Was ist das? Ich brauche eine Angel. Schlecht ist es. Das ist ein Mond. Da war mein Kuchen ja besser. Gelb? Wo ist es nicht grau? Natürlich ist es auch Stein. Aber Items hat mich auch geblockt hier. Ich hatte die Menschen ausgeblendet. Aktiv gegen mich. Sollte ich dreimal haben, hat dreimal nicht geklappt. Habe mich dreimal eingegeben. Aber was ist denn das Logo, der Mond mit der Angel? Von wem ist das? Der Mann im Mond war ich gewesen. Okay, easy, easy, easy. Ja, aber es gibt doch irgendeine Firma, die hat doch... Mit Stein? Ja, weil... Warte mal. Mond! Karotte. Was ist denn das? Wieso baust du denn zu den beiden da hinten hin? Hallo? Eindeutig eine Null. Was ist denn das für eine Scheiße? Er schreit da was. Er ist ein Buchstaben von 8. Das dauert ja. Ja, Maxi, wenn du... Ich hau dir so auf die Fresse und nichts machen. Das kann man auch nicht auf den Kopf. Dafür gibt es eine Tomate. Ja, das zweite ist ein L. Das wissen wir. Das ist kein L. Was ist das für ein L? Er steht oben mal als Tipp. Achso, warte mal. Großes A? Was? B? Was wird das denn? So auf den R? Ja, das ist ein Brannerbuchstabe. Jetzt halt es genau aus. Welcher Buchstabe? B? Oder was soll das sein? Kyrillisch gilt nicht. Was denn? Ah, ah. Na eben. Was? Ja, jawoll. Boah, ist das gut gebaut. Du kannst doch nur ein Kippen, wenn du siehst. Ja, das ist völlig in Ordnung. Tönlich in Ordnung. Was soll das denn sein? A, B, C. Das mittlere Ding ist bestimmt beschissen. Ja, ja. Ja, das ist B immer schwer. Oh nein, ich hab meine Tomate weg. Oh nein. Das, darf ich das bitte skippen? Nein. 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 Nein, du darfst das nicht. Natürlich kann ich skippen. Tomate. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dalu hat gesagt, dass wir Tomate bauen. Dann bauen wir es wieder. Ist kein Problem. Holz. Das könnte, ja, das könnte Mond sein. Das wäre ja, dass ein Mond gewesen wäre, ne? Ich baue es. Ja. Ich baue es. 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 Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen, weil ein Team sie wieder in die andere Richtung gebaut hat. Ja, das ist halt wirklich so. Man muss halt immer laufen. Okay, ich gebe aber eine Chance, das hier zu erraten. Ja, es kann ja alles sein bei dir. Was macht er da? Jetzt baue was. Okay, jetzt gefeiert, dass er mir von euch erraten. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das baue. So. Skateboard. Skateboard könnte es sein. Ja. Schade. Ja, ja. Das war easy. Guck mal, das sieht man auch schon. Hä? Du siehst. Das ist doch eindeutig. Irgendwas mit SVH. Alleine, was der am Anfang gemacht hat. Easy. Hätte er gesagt, in welcher Geschwindigkeit, denke ich. Da wäre ich auch noch dabei gewesen. Das haben wir gar nicht schlecht gebaut. Also, es geht schlecht. Ja, ja. Ich bin echt zufrieden mit meiner Leistung hier gerade. Ja, doch. Das fand ich gut, ja. Oh, was passiert? Oh nein. Warten. Ja, oh, was muss ich mehr? Was ist das? Jawohl. Jawohl, gewinne ich meine Ohrstunde. Das könnte ich als Wort gelten lassen. Kommt ihr mal drauf. Kommt ihr mal drauf. Rot oder was war das? Das, was gerade passiert ist. Okay, egal. Kann ich hier suchen? Oh ja, oh ja. Okay, okay, okay. Weil ich mich vertippt. Hä? Was? Hä? Sein Blick. Na nie. Na, das, was gerade passiert ist am Anfang der Runde. Ja, Tomaten werfen. Watt? Wo wir die Tomaten auf ihn geworfen haben. Das war ja wirklich einfach. Also, das kann man ja easy achten. Ja. Hä? Also, was da am Anfang passiert ist, hat mir alles verraten. Ja, frohes Neues. Da kommen die Minecraftler selbst wieder nicht mit. Ja, ja, das ist zu gut für die Intelligenz. Da muss man auch ein bissel mit reinkommen. Hä? Nein. Nur Spaß. Ey, was ist egal, was ist passiert? Ja, der guckt blöd. Und was hast du gemacht? Was am Anfang der Runde? Was hast du gemacht? Womit hast du ihn abgeworfen? Was war ein Fisch? Was passiert denn dann? Wenn du fiffst? Och, Bruder. Oh, Allah. Ich hab bisher noch nix geleistet hier. Mach dir nix. Allah. Ich seh dich trotzdem als Kind. Da, guck. Aua. Aua. Very impressive. Was ist das? Der Kacka, du. Das ist ein Vogel. Was ist das? Aha. Eine Säule. Was mit A? Säulen, genau. Ich hab auch in die Richtung gedacht, aber nur halb. Ich könnte ein... Oh, weiße, weiße Stange. Oh. Hab ich auch grad gedacht, hallo. Also jetzt wird's kriminell. Ah, rot. Ah, 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 nein! Wie rot? Das kann ich mit dem Minecraftler wissen. Nein. Was ist das? Was ist das? Was? Kann doch gar nicht sein. Ja, klar. Kaputte kommt daher. Gar keine Frage. Ja, doch. Ist er ausgeboren. Oh, Mann! Ich weiß nicht, was das sein soll! Oh, Mann, ey! Wer kommt denn... Niemals! Ihr kennt die Worte! Wer kennt die Worte? Niemals erkennt dann das. Man kann denn das nicht böse sein, ja? Also... Was das ist, ist kriminell. Also wirklich. Alter, da gibt der... ...den Tipp des Lebens. Hört sich noch! Das hätte die Worte auch sein können. So, jetzt kommt der Skiller mit seinem Mond. Ja, nee, jetzt pass auf. Jetzt gibt es wieder Geburtstagstorte aus Eis. Okay, ich mach's euch aber auch nicht einfach, weil das wär zu leicht. Versucht das schön... ...nicht schön zu machen. Also ich versuch mir so viel Mühe zu geben, dass ihr's schwer habt. Es ist nämlich kein schweres Wort. Hä? Sind wir alle gleich groß? Nein. So, das ist nämlich wichtig. So... Hallo! Ich bin doch noch nicht so weit! Insane! So... Insane! Ah, übrigens, Zaub ist falsch geschrieben. Ja, ja, ich hab auf T gedrückt und dann... Ich hab Zaub geschrieben statt... Achso, ich hab Zaub. Ich hab gewonnen, jawoll! Jawoll, gecarried bis zum Ende! Du musst das! Letzter Runde! Letzter Runde! Lass mich mal anfangen hier mit dem Feelefantz! Ist es vorbei jetzt? Jetzt letzte Runde! Ich hab da schon einen Zaun hingesetzt! Feelefantz! Der kleine Elefant! Der kleine Elefant! Der ist bei mir nicht mehr. Passiert hier noch sowas, oder? Ja, drei, zwei, eins! Ich will als erstes Bonds! Danke! Ja, reißer Kapuze, Wormsele! Okay, also, jetzt... ... noch nicht, setze ich den Podcast... Achtung! Jetzt geht's los! Achtung! Ich hab's! Ha! Ah, schade! Ey, Mann, du baust wieder falsch, Mann! Er macht doch schon wieder einen Buchstab! Nein! 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 Das ist ganz easy! Das ist ganz easy! Das ist ganz easy! Ich glaub... Oh nein! Ich hab's! Nicht! Oh mein Gott! Ja, das ist... Hä? Das ist ganz easy, aber... Ach du Scheiß! Oh Bruder! Ach, ey! Das ist doch kein Geist! Ein Geist! 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 Oh, sorry! Das war der Letzte! Das war der Letzte! Das war der Letzte! Ich hab ne halbe Stunde gemacht, denn kann ich nicht der Letzte gewesen sein! Also das war richtig unheimlich was! Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid! Tut mir leid, tut mir leid! Ja, ich hab mich richtig erschrocken! Als ihr gefragt habt, was für ein Wort das macht! Held bevor ihr steht in dem Zimmer! Würde sie auch erschrecken! Alte ist das AFK! Scheiße! Alte ist gut gemacht! Ja, blau! Was ist das? Er macht doch schon wieder einen Fein, oder? Das ist es noch nicht! Ja, das ist... Ah! Nee! Ich glaub das ist es! Klo! Drei Buchstaben! So geht's aus, ja! Das könnte es wirklich sein, ja! Hut! Ha! Hut! Fisch! Fisch! Was denn?! Ey, das ist so beschissen! Oh Bruder, es war... Nein! Alles richtig! Alles richtig! Okay! Hä? Das ist halt... Das ist halt... Das ist halt... Ey! Ich hab die ganze Zeit überlegt! Wie kann ich mein Einführungsstab mit nem Haar am Anfang nicht an Hai denken, Alter! Also wie glaubst du es da eigentlich... Ich dachte, dass es so gut wie ein Einkünft ist! Okay, eine Aubergine kann ich nicht bauen, deswegen skipp ich die mal! Was? Eine Aubergine? Ja, ich weiß nicht mal grad nicht mal wie eine aussieht! Alter, da kommt der Nerd wieder, ey! Weißt du wenigstens wie ein Kürbis aussieht? Ich weiß nicht mal, wie ein Haar! Das ist kein Problem für mich! Aha! Ah ja! Keine Wurst! Das wird wieder... Könnt wieder alles werden, ja! Nein, ihr werdet gleich instant wissen! Ja, ich glaube auch! Mhm! Ich weiß es wirklich! Ja! Oh mein Gott! Aber wer darf nicht erreden? Tut mir leid! Er ist verloren! Hopf von Malz! Verloren! Es wird das mal, dass Tim die Leute von seinem Bauteam bei sich bauen lässt! Hä? Hallo! Was? Ich mein... Ja, come on! Eine Rakete! Eine Rakete! Oh nein! Das geht wieder los! Okay, okay, okay! Try hard! Try hard! Äh... Was hat er? Ich will eine Tomate auf ihn werfen! Hab ich auf! Die Hälfte der Lobby... Die Hälfte der Runde muss die Tomate treffen, dann passiert irgendwas! Ich hab's immer noch nicht gesehen! Wir... Probieren wir das einfach mal! Beim nächsten Mal dann alle gut stehen! Ne! Nicht beim nächsten Mal! Ich baue das nach! Ich baue das nach! So, was haben wir denn hier? Kann ich fliegen? Ah ja! Dadurch ist ein Künstler verloren gegangen! Ja, genau! Ja, verloren gegangen ist der! Wurde er nie gefunden! So, wie schaut's aus? Fuck! Moment! Ja, der hat... Hä? Kinderfreundlich dadurch wieder, ja? Äh... Wie kann ich denn da drin? Ich muss da drin irgendwas... Moment! Hier kommt das... Wie soll man denn was zum... Immer du da drin bauen willst? Wir könnten sie sehen! Wer baut da drin voll detailliert? Keiner kann... Was ist das? Gefängnis ist es! Ich brauche so'n Hebel! Wie heißt das? Heißt das Hebel? Ah! Nein! What? Es ist gut! Es ist sogar wirklich gut! Wo denn? Da! Du hättest es weit breiter bauen müssen! Ja, ich hatte keine Ahnung! Ich hatte keine Zeit! Oh! Okay! Alter Hebel! Alter Hebel sagte! So sieht der jetzt von mir zuhause nicht aus! Aber... Ich hab... Achso! Ich hab übrigens gar kein Zuhause in der Küche stehen! Das ist ja belassen! Geh Maxi und Kapuze! Ich steh auf dem Schlauch! Ja, das ist aber auch nicht... Du kannst dir mal ne Scheibe von aufschneiden! Ja! Ein Toaster! Ja! Ja! Ich wollte Flammen haben, aber die gab's irgendwie nicht! Hey! Hör auf! Ich hab nach Eisen geguckt! Ne! Ich hab nach Metall geguckt! Ich Idiot! Hier! Haben wir schon... What? Ah! Ne! Scheiße! Was ist das? Was heißt das? Ah! 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 Du hast recht! Jens, wo du es sagst! Hä? 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 Er baut halt ein Glas, sitzt da Zeug rein... Ah! Bruder, Alter, das ist ja lebensgefährlich, was du da baust, Alter! Willst du uns alle vergiften, oder was? Ja! Ich will uns alle nicht! Ich will fünf Liter am Tag! Ja! Mehr! Vergiften! Ja, ja! Ein Schneeball! Habe ich mir zu Weihnachten gewonnen! Ja! Also nicht mit dem Meer nehmen! Ja! Weil das Eis außenrum sein würde! Eis! Das ist Glas! Und das drinne ist Gift! Oh Gott, Alter! Das war echt nicht einfach für mich! Du bist auch ein kleiner Bowie! Kapuza hat irgendwie so 2018 verpasst! Davon werden die Knochen hart! Milch! Ah! Wow! Ich meine, das Glas kann man noch größer bauen! Und nicht so einen kleinen Würfel! Okay, okay! Die Kickwurm am Schlüssel! Ich hab wieder was Gutes! Wo ein kleines Glas für das kleine Würmchen! Oh nein! Ich hatte was Gutes! Jetzt habe ich auch was gesehen! Ich bin ausversehen! Ich hätte es genommen! Okay, aber warte, wird auch gut! Warte, wird auch gut! Oha! Langes Wort! Wie heißt denn das? Stein! Achso, ja! Stein! Nein! Nein! So, und dann brauchen wir noch... So! Nein, lass dir Zeit! Ja, er braucht nicht so lange! Ist nice! Ist wirklich nice! So! Ich bin ja... Da bin ich aber auch Profi drin! Deswegen ist das halt ziemlich simpel! Ja? Ah! 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 Nein! Ja! So! Ah! Das erste Mal auf Datum was gut und einfach bauen! Das deutsche Wort! Das deutsche Wort! Wie heißt denn das deutsche Wort? Das ist sowieso das... Es schreibt genau das falsche! Ich kann auch doch die neue Version machen! Ah! Aber es war gut! Es war gut! Es war gut! Ich habe keine Ahnung! Keine Ahnung! Du kanst das Lichtschwert! Oh nein! Ja! Viel Spaß beim Tippen! Alter ey! Oh! Ich habe gewonnen! Oh! Ich habe gewonnen! Unverdient! Ich finde die einfach top gemacht! Ich weiß nicht mehr was ich gebaut habe! Freunde! Es war eine sehr schöne Runde! Wenn es euch gefallen hat! Lasst ein Häumchen da oben da! Schaut bei den anderen vorbei! Die finden die unten in der Beschreibung! Dann sehen wir uns zur nächsten Folge! Haut rein! Bis dann! Tschüss!